Hallo, ich bin Lucia Christ. Ich bin Daniel Krause und wir sind Thema bei den Naturfreunde Jugend bei der Jugendweihe. Seit wir unsere Jugendweihe selber gemacht haben, begleiten wir die neuen Teilnehmer und halten auch Seminare über zum Beispiel Courage oder Homophobie oder auch Ökologie oder Geschichte. Wir haben vor zwei Jahren unsere eigene Jugendweihe gemacht und dann auch unseren Jugendleiterschein. Wir haben uns dazu entschieden, Jugendthema zu werden, da wir bei unserer eigenen Jugendweihe sehr, sehr viel Spaß hatten und dies gerne anderen auch ermöglichen wollen. Und haben dann in einem einwöchigen Seminar im Harz gelernt, was es heißt, auf Jugendliche aufzupassen. Auch wenn es oft Herausforderungen gibt, komme ich jedes Mal wieder gerne her. Das hilft mir auch selber persönlich weiter, weil zum Beispiel habe ich dadurch besser gelernt, vor Gruppen zu sprechen oder Verantwortung zu übernehmen. Also, falls ihr auf der Suche nach neuen Herausforderungen seid und Spaß daran habt, mit Jugendlichen zu arbeiten, alle von unserem Team sind super drauf.